Ich habe mich entschlossen, keine Aussagen mehr zur Krisenvorsorge oder zu politischen Äußerungen diverser Leute zu machen, weil es aus meiner Sicht keinen Sinn hat und weil unser Bundeskanzler eine schräge Meinung von Demokratie hat, meiner Meinung nach. Aber die Zukunft ist hell, sie ist demokratisch und frei. Demokratie und Freiheit ist, dass man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Ich finde diese Aussage äußerst paradox. Die EU und die Regierung geht immer mehr gegen Verschwörungstheorien vor. Auch wenn sie sich im Nachhinein als richtig erwiesen haben, so sind sie dennoch mit Strafen verbunden. Man muss selbst nachdenken und nachforschen, was Sinn macht und was nicht und einen so ein Stück weiter bringen. In Zukunft gibt es deshalb auf meinem Kanal Katzen- und Naturvideos und ein Game, das ich spiele, Rust. Und ja, mehr wird das nicht mehr sein, Leute.